True Crime Formate boomen im Moment, da wollen auch wir nicht zurückstehen und deswegen herzlich willkommen zu extra 3 True Crime und meine Damen und Herren ich verspreche nicht zu viel es geht hier und jetzt um eine der düstersten Kriminalgeschichten unserer Zeit es geht um einen Raub unvorstellbaren Ausmaßes der Ort der Tat ist Hamburg Hamburg eine düstere nebelige Stadt in der die Bevölkerung seit Jahren zur Verzweiflung getrieben wird von Räubern von Gangs und vom HSV 2016 erfuhr die Öffentlichkeit von einem spektakulären Raub geraubt wurden 47 Millionen Euro das Opfer dieses Raubs der ganz normale Hamburger und zwar jeder Hamburger und auch jede Hamburgerin der oder die Steuern zahlt wie konnte es dazu kommen den Anfang nahm alles bei einer zwielichtigen Vereinigung die seit Jahrzehnten mitten in der Stadt ihr Unwesen treibt bei der Hamburger Warburg Bank die hatte die Steuerzahler durch sogenannte Cum-Ex-Geschäfte abgezockt Chef der Warburg Bank der finstere Christian Oliarius Oliarius ist Latein und heißt soviel ich weiß übersetzt der Schmierige Oliarius flog mit seinen Gaunereien auf und sollte bestraft werden mit der in Hamburg üblichen Höchststrafe lebenslänglich König der Löwen oder aber er zahlt das Geld zurück um dem zu entgehen schmiedete Oliarius einen teuflischen Plan er wandte sich an eine finstere Gang das Syndikat potenzieller Delinquenten abgekürzt SPD darunter ein Führungskater namens Peter Tschentscher Spitzname Tschentsch damals Finanzsenator in Hamburg und aufgewachsen in einer Familie die so arm war dass er sich für ihren Namen nur einen einzigen Zischlaut leisten konnte ein weiterer Komplize Johannes Kahrs nennen wir ihn Don Corrupto Johannes Kahrs gab an beruflich für die SPD in Berlin zu arbeiten er war aber möglicherweise auch nur einer dieser vielen Menschen die man für Geld kaufen konnte und Oliarius der Schmierige schien das zu wissen und spendete 45.000 Euro an die Hamburger SPD 45.000 Euro von denen das meiste Geld im Kiez von Kahrs landete der sich dann möglicherweise dafür einsetzte dass Oliarius und seine Bank das geraubte Geld den Hamburger Steuerzahler nicht zurückzahlen müssen womöglich vermittelte Kahrs auch ein Treffen von Oliarius dem Schmierigen mit dem Clan-Chef der SPD in Hamburg einem gewissen Olaf S Spitzname Valium die Zeichnerin konnte das Bild nicht beenden weil sie beim Zeichnen eingeschlafen ist Olaf S. traf Oliarius mehrfach er traf Oliarius auch als die Staatsanwaltschaft bereits gegen Oliarius ermittelte Olaf S. wurde gefasst als er versuchte in diesem obskuren Haus in Berlin für vier Jahre unbemerkt unterzutauchen und Gras über die Sache wachsen zu lassen Olaf S. gab an sich an die Treffen nicht mehr zu erinnern er wusste allerdings noch dass er Oliarius gesagt habe er soll Peter Tschentsch anrufen und der würde sich kümmern denn wenn man in Hamburg Geld nicht bezahlen will dann ist das der offizielle Dienstweg so Olaf S. und das stimmt hier ein Auszug aus dem Gesetzestext Moin wenn in Hamburg einer was zahlen soll und er hat da keinen Bock drauf soll er einfach direkt den Finanzsenator anrufen und von Olaf S. grüßen dazu ne Spende an Johannes Kahrs und die SPD schicken dann löp dat Ding PS das ist voll der offizielle Dienstweg O-S und seltsamerweise mussten Oliarius und seine Bank die 47 Millionen erst mal nicht zurückzahlen eine Mitarbeiterin der Steuerbehörde schickte an eine Kollegin eine dubiose Textnachricht ja also diese besagte Finanzbeamtin hat nach Recherchen des WDR an eine Freundin geschrieben ihr teuflischer Plan sei aufgegangen und zwar kurz nachdem die Finanzbehörde 2016 entschieden hat diese Gelder in 47 Millionen Euro Höhe nicht zurückzufordern aus den Cum-Ex-Geschäften und dann fragt die Freundin nach ob man jetzt verjähren lasse das bejaht die Finanzbeamtin wenn nichts dazwischen komme verjähren lassen ja wie hat die Warburg Bank das geschafft eine mögliche Lösung findet sich im Sparkassenschließfach von Johannes Kahrs a.k.a. Don Corrupto dort fand man nämlich grauenhaft gestückeltes und zwar Geld viel Geld 214.800 Euro gestückelt in 100er, 200er und 500er Scheine dazu 2400 US-Dollar wie hatte Kahrs so viel Geld bekommen von wem entweder Uliarius hat die SPD bestochen oder gibt es dafür andere Erklärungen hat Kahrs eventuell nur seine alte Spardose von der Konfirmation ausgeleert hat er seine Oma verkauft möglicherweise nach Aserbaidschan weil einer wie er für Geld alles macht oder hatte Kahrs viel Geld gegen den Aufstieg des HSV gewettet Fragen über Fragen ein Mann könnte hier möglicherweise für Aufklärung sorgen könnte er ja könnte ich das war's das war's ich bin sehr gespannt ob sich der Untersuchungsausschuss Ende kommender Woche mit dieser Aussage zufrieden geben wird und das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von extra 3 TRUE CRIME der Cum-Ex-Skandal ist ja das akuteste Problem von Olaf Scholz allerdings nicht das einzige Problem von Olaf Scholz die Koalition streitet die Koalition streitet Scholz wirkt dabei alles andere als führungsstark auch wenn er es versucht führungsstark rüberzukommen wenn er zum Beispiel öffentlichkeitswirksam die Turbine besucht Sie wissen schon die Turbine in Mülheim an der Ruhr die grad nicht nach Russland kann weil Putin dauernd neue Ausreden erfülle dieses Bild ging durch die Presse und hat es was gebracht dieses Bild durchaus jetzt wünschen sich viele in Deutschland die Turbine als Kanzler vielleicht liegt es ja auch an der Führungskraft Herr Bundeskanzler Ihnen wird oft vorgeworfen dass Sie schlecht kommunizieren und auch sehr zögerlich agieren was sagen Sie dazu? So eine Schrottkarre hier funktioniert ja gar nichts Das ist Johannes Schlüter der gebürtige Göttinger arbeitet seit 19 Jahren als Scholz-Pilot Winke, winke, hallo Der Scholz hat eine extra verstärkte Karosserie Teflon beschichtet also da prallt jede politische Breitzeit an ihm ab aber gerade dadurch ist er leider auch manchmal ein bisschen schwergängig So, Gelenkigkeitsprüfung Kopfpit-Biegung 90 Grad links, 90 Grad rechts links, rechts, links, rechts Naja Naja Ja, also die Bewegungen von dem Scholz wirken doch ziemlich steif Naja, steif ist relativ Im Vergleich zu anderen Modellen sieht das manchmal sogar richtig geschmeidig aus Aber was ein richtiges Problem ist, ist die Sprachausgabe Also alles was ich hier sage muss ich erstmal mit dieser Schwurbelkurbel um den heißen Brei herumleiten Das ist so umständlich Also wenn ich da zum Beispiel sage Wir nehmen den ICE nach Hamburg in 10 Minuten auf Gleis 8 Dann kommt da sowas hier raus Und wir müssen über das was getan werden muss reden damit wir den Zug nicht verpassen nicht auf dem falschen Gleis landen sondern den Richter den richtigen, das richtige Gleis nehmen und den richtigen Weg einschlagen Es ist, ja, es ist furchtbar Und dann gibt es noch dieses KBS KBS? Klartext Blockiersystem Ist so ein Kanzler-Krisen-Update Von wegen bloß keine Fehler machen und so Das wie bei diesem Partyspiel, wo man bestimmte Begriffe nicht sagen darf Zum Beispiel Nord Stream 2 Sieg der Ukraine Schwere Waffen Und ganz schlimm Kumm und Ex Eigentlich kommt doch jetzt Die Probe aufs Ex Also die Probe Was? Was? Achso, Ex Aber können Sie den Scholz nicht nachrüsten? Hab ich ja versucht Aber der Habeck-Pilot wollte nicht Moin, Fiete Sag mal, können wir vielleicht Sprachmodule tauschen? Nee, lass mal Ich will keine Schwurbelkurbel Und außerdem Will ich nicht über den heißen Brei herumreden Och Mann, ey, ich fahr hier immerhin den Kanzler Eigentlich bräuchte ich deine Kommunikationshydraulik Pff, die kriegst du nicht, Alter Die kriegst du nicht, Alter Und jetzt? Also ich meine, ohne Klartext-Kommunikation Kommt doch beim Scholz nur heiße Luft Jo, aber mit der heißen Luft kann man immerhin Superblockflöte spielen So, Moment So, und die heiße Luft Die Kriminalpolizei warnt Immer mehr Menschen werden Opfer von Abo-Fallen im Internet Damit Ihnen das nicht passiert Sollten Sie allzeit gut informiert sein Am besten abonnieren Sie heute noch den extra3-Kanal Und hier geht es gleich zum nächsten Video Bitte lachen Sie vorsichtig Bis zum nächsten Video